Das sind Weinrauten und hier habe ich einen wilden Lauch, der ursprünglich aus Ligurien kommt und gelb blüht, sehr lecker ist. Mein Vater ist 41 geboren und man musste entweder damals wissen, was man wirklich essen kann oder man musste irgendwie gucken, wie man über die Runden kommt. Die Leute waren arm, die waren wirklich hungrig, die haben Bucheckern gesucht und haben daraus Öl pressen lassen. Ich glaube, ich habe es irgendwie für mich selber weiterentwickelt, aber jetzt seit bestimmt zehn Jahren professionalisiert.